Um Stinkwanzen loszuwerden, versuche einzelne Wanzen mit einer selbstgemachten Falle einzufangen. Nimm ein 10-15 cm langes Stück Klebeband und fange damit die Stinkwanze, indem du die Mitte des Bands vorsichtig auf das Insekt klebst. Wenn du es gefangen hast, falte das Stück Klebeband schnell zusammen, um den Gestank einzuschließen und wirf es draußen in den Müll. Hast du es mit mehreren Stinkwanzen zu tun, fege sie mit einem Besen vorsichtig auf eine Kehrschaufel oder besprüh sie mit einer Mixtur aus einem Teil Geschirrspülmittel zwei Teilen weißem Essig und vier Teilen Wasser. Sei jedoch vorsichtig, damit du die Wanzen nicht versehentlich zerdrückst und sie dadurch beginnen zu stinken. Wirf sie danach sofort in die Toilette und spül sie hinunter. Du kannst die Stinkwanzen auch in einem Eimer mit Seifenlauge ertränken. Wenn du weißt, wo die Stinkwanzen ins Haus gelangen, beispielsweise durch Fensterspalten, versiegel sie oder bring klebende Insektenfallen an, um sie einzufangen, wenn du nicht anwesend bist. Um zu vermeiden, dass erneut Stinkwanzen ins Haus kommen, nachdem du sie losgeworden bist, repariere oder ersetze alle defekten Fliegengitter, denn diese lästigen Insekten können durch kleinste Öffnungen kommen. Du solltest außerdem alle Risse in deinen Außenwänden mit Dichtungsmasse schließen, damit Stinkwanzen nicht mehr ins Haus gelangen können. Und das ist ein Wunderschön.